So, gucken wir uns mal die Lampen an. So sehen sie aus. Hier werden sie aufgehangen. Dafür ist ein Set mit Schrauben und Dübeln dabei, weil ich da wieder andere verwenden würde. Ist auch hier ein Klebeetikett dabei und haben wir eigentlich zwei. Ich habe jetzt nur eins gesehen. Gerade Kuppen. Ne, ist nur eins dabei. Okay. Ah, sind zwei Streifen. Okay. Wie soll man das machen? Die kann man dann wahrscheinlich hier oben dran machen. Wenn es dann hält, ist ja okay. So, dann zeige ich euch mal, wie das Licht aussieht und dann sind wir auch schon fertig. So leuchten die. Könnt ihr dann die Farbe wechseln. Schöne intensive Farben und der letzte Modus ist dann halt so ein Farbwechsel. Ja, macht schon weiter. Ciao, ciao. Ciao.